Willkommen zurück. Es ist der gleiche Tag wie in der letzten Aufnahme, weil ich im Voraus aufnehmen muss, weil ich am Wochenende nicht da bin, weil ich auf einer Jugendfreizeit bin. Ich wollte gerade sagen, nö, Teleporter. Aktiviere dich nicht. Hä, was ist denn, Geier? Toll. Warum gehen die wichtigsten Steine nie? Ich pfeife auf eure Herzen. Ich bin blind und blöd. Ich weiß, was weitergeht. Aha! Hat ja auch nicht lange gedauert oder so. Soll ich euch nämlich was Cooles zeigen? Wow. Und auf die Kiste pfeife ich. Ist mir voll egal, was da drin ist. Ganz ehrlich. Wow. Angst? Hier kommt ein Vollstrecker. Bald wirst du es bereuen, auf der Welt zu sein. Ein kleiner Piepmatz. Ich weiß nicht mehr, wie das geht. Ich hab Angst. Ich will mein Schild haben. Das ist übrigens jetzt voll cool aussieht. Badadadadab. Badadadab. Oh. Tat sie weh. Mann, ich hab Angst vor dir. Ich würde ja gerne mit Wirbelattacke arbeiten. Aber ich trau mich nicht, denn ich will mein Schild behalten. Ich hab echt Angst vor diesem Vogel. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Wie komm ich denn dagegen an? Ups. Na toll. Ja, ich will es nicht hören. Halt die Klappe. Wir beschleunigen das Ganze so. Haben wir ja schon mal gesehen, nicht wahr? Aua. Wie sollt ihr mich getroffen? Äh. Den treff ich. Uah, hör. Hör auf, hör auf, hör auf, hör auf. Aua. Hör auf, mich zu treffen, du Blödmann. Hör auf, jetzt mich runterzuschmeißen. Tats weh. Oh, du armer Piep, Max. Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Tats weh. Hoppala. Sorry. Wollte ich nicht. Tut mir echt total leid. Wirklich. Okay, ich dachte, du machst deine Windattacke. Okay, ich dachte, du machst deine Windattacke. Okay. Jetzt aber, wieder nicht? Ernsthaft? Was hast du denn jetzt? Machen wir was Gescheites. Was ist das denn für ein Endgegner? Der ist komisch. Ich stand gerade in der Luft, habt ihr es gesehen? Voll der Back. Meine Energie. Ich bin besiegt. Ich erwischt es auch noch, wenn der Windfisch aufwacht. Und du und ich, wir sind sein Traum. Das war's. Das war's. Ehrlich? Der ganze Tempel für so einen Quatsch? Ehrlich jetzt? Ja, wo denn? Ah. Das sieht aus wie ein Keyboard. Du hast die Poseidon-Orgel erhalten. Na, seht ihr? Flöte. Die Musik der Flöte weiß den Weg. Hubert. Weißt du, was wir jetzt zuerst machen? Richtig, Geld das geben. Ich hab übrigens wieder nicht auf die Uhr geguckt. Irgendwann hasst ihr mich dafür. Weil ich überhaupt nicht einschätzen kann, wie lang die Parts sind. Hey, Geier-Walli. Ja, Mann. Ich will ein Geschenk des Hauses. Aber ich hab keine Herzen verloren. Blöd. Kraftaband. Hubert. Okay. Hä, wo ist denn mein Kraftanband? Achso, ich hab's. Ich hab's an. Das ist weh, wenn man mit dem Handy telefoniert. Und dann sein Handy sucht. Das ist so eine typische Mina-Aktion übrigens. Oh Gott. Warum erzähl ich euch so welche privaten Sachen? Ich halt jetzt erstmal die Gorsche. Fragen. Ich hab's. Bis zum nächsten Mal. Das erfüttet ihr nicht? Voll geil, oh. Wie viele Tomaten? Wie viele Muscheln habe ich denn? Ach, sie. Ja, und ich weiß, ich sollte den Bumerang mal eintauschen. Ich will nicht. Ich will einfach nicht. Ich habe keinen Bock darauf. Ich will meine Schaufel. Ich mag die Schaufel. Klar, der Bumerang ist praktischer und so. Aber ich... Muss ich dazu nicht alle Muscheln sammeln? Nein, muss ich nicht, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es doch nicht mehr. Ist das so lange her? Ich glaube auch nicht, dass ich das auf 100% machen würde. Ich werde 20 Muscheln sammeln und das war's. Und mir hat immer noch keiner gesagt, wie ich an das Fooking-Hairzteil dahinten komme. Ja, das ist Fooking. Das war total super deutsch. Ihr wisst das doch bereits, wie ich bin und dass ich nicht deutsch reden kann. Also! Wow, ein Wasserfall! Da will ich hoch. So, wir gehen nach Osten. Quatsch. Nach Westen. Ups. Und holen uns das letzte Instrument. Marin? Hilfe! Dieb! Ein paar Monster haben mich hierher gebracht. Was soll ich jetzt tun? Ich hab Angst! Ich rette dich! Danke, Dieb. Das war die Rettung in letzter Not. Sag, Dieb. Ach, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Aber... Dieb? Ja? Was? Sag schon und gib uns einen Schmatzer. Marin! Huch, oh, Tarin. Tja, äh, dann muss ich wohl gehen. Nein! 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 Ma! No! Der arme Link! Du kennst also das Mädchen, das die Ballade vom Windfisch vor dem Ei gespielt hat? Jenes Lied, das Schlafen der aufweckt, wollte sie etwa den Windfisch aufwecken? Das nächste Musikinstrument ist im Westen beim Reptilfelsen. Mit einem Lied kannst du den Stein zum Leben erwecken. Was für ein Lied. Ich kenn kein Lied. Niemals. Stirb. So, ich zeig euch was cooles. Hier war doch das Feuer, oder? War das schon hier? Wo war das denn? Irgendwo war doch Feuer. Ihr wisst noch, mit Hubert, oder? Hubert. Ich vermisse Hubert. Er ist mein bestes Huhn. Ach ja, ich kann mich remembern. Remember, remember the 5th of November. So. Mein Gott, Ahorn, ich will haben, 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 mein Gott, Ahorn. Es reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Jetzt hab ich von nichts mehr Angst. Ich bin unbesiegbar. Stirb. 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 War das hier drin? Sieht ganz danach aus. Heißt es, dass es hier weiter geht? Ich will noch nicht weiter. Das sag ich euch mal ganz ehrlich. Ich will mich hier noch umgucken. Oder ging es hier dann nur noch runter? Okay. Na gut. Dann gehen wir doch da lang. Haben wir ein Schild? Schild. Nein, wir haben kein Schild. Wir haben es verloren unterwegs. Blöd. Ich töte dich. Okay. Cool, hä? Das geht nur, weil wir ein cooles Schild haben. So ein saucooles. Bäm, bäm. Blalalala. 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 Ulriera. Ja, hier Ulriera. Der Kopf der Schildkröte ist ihr im Weg. Dann hauche ihm einfach etwas Leben ein. Und er wird sich bewegen. Plick. Tu, tu, tu. Das gleiche hat uns die Eule vor 10 Sekunden gesagt. Dafür steht dein Telefon. Das heißt nur dafür. Hi, Dude. Okay, hauchen wir der Schildkröte ein bisschen Leben ein. Da. Tu, 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 tu. Muss ich jetzt Angst haben? Ich will mein Schild haben. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Du siehst nicht aus wie eine Schildkröte, sondern wie ein Krokodil. Aua, 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 aua. Komm. Meinst du, ich habe Angst vor dir? Komm. Komm. Verdammt. War das jetzt noch die Wirbelattacke oder ein normaler Schwertieb? Ach so, ich kann dich auch so treffen. Ich muss nicht warten, bis du mich angreifst. Na dann. Na dann. Gib mir eine Fee. Arsch. Okay. Ist das Standard Level 8? Reptiv-Felsen? Wir sind schon da. Na ja, eigentlich wollte ich jetzt noch nicht den 8. Tempel machen. Wir machen es trotzdem. Dann suchen wir noch irgendwo zwei Muscheln, weil ich will dieses blöde... ...Präsent. Ich bedanke mich fürs Zugucken und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi. Tschüssi.